Da ist er! Alter! Erdgranatenwerfer! Okay. Ich nehme den rechten gleich. Ach, das sind ja wieder vier Stück. Okay. Einen habe ich. Noch drei. Boah, mein Aiming. Noch zwei, noch drei, noch vier wieder. Noch einen habe ich. Den kriege ich nicht. Habe ich. Den da oben sehe ich nicht. Ich muss mal ein Stück näher dran. Jo, einer noch. Noch zwei. Zwei. Einige werden gar nicht angezeigt. Oh nein! Das ist voll im Visier. Und dann lädt der nach. Ich geh hoch, Micha. Ich geh hoch. Da ist er! Oh, what? Wir haben ihn doch gehabt. Alter! Mit Kanonen auf Spatzen, ey. HW dreht durch, wa? Ja. Keine Ahnung. Es geht um. Es geht um. Okay. Hier geht's. Äh. Boah, schwierig, ey. Ich glaube ja, wenn du hingehst, knallst du den sofort ab, weil... Ja. Meinst du? Er hat ja deinen Bruder erschossen. Ja. Und ich denke mal nur, ich will ihn nur im Knast sehen. Die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir ihn tot sehen oder was wollen wir? Gute Frage. Boah, schwierig. Gibt's da noch was zu konfrontieren? Da gibt's nichts zu konfrontieren. Nein, komm. Aber, Alter, wenn wir den jetzt abknallen, sind wir beide im Knast. Ey, komm. Das ist scheiße. Wir sind doch so oder so im Knast, oder nicht? Ja, wieso? Wenn der jetzt hier eingebuchtet wird, wären wir doch freigesprochen, oder sehe ich das falsch? Alter, wir haben Leute erschossen. Nicht nur einen. Ja, aber nur böse. Böse Leute, um den kommt man doch nicht in den Knast, oder? Na gut, im Endeffekt könnte ich mich ja rausreden, weil du hast ihn ja abgeknallt. What? Ich hab ein Kind? Komm, ich will sehen, was hier passiert. Und das Geile ist ja nur unsere Theorie, ne? Ja, ja, ja. Du hast trotzdem die goldene Waffe? Ja. Du hast trotzdem die goldene Waffe? Leo. Take 80 Euro. Shut up! Ich versuchte dich, du piece of shit! Warum hast du das gemacht? Okay, okay. Look. Ich habe es noch. Das ist das, was du hier für, richtig? Die Diamante. Es ist alles dein. Es ist in der Strecke. Over da. Du kannst es. Move es. Gut, gut. Gut. Hier. Hier, take it. Lass ihn gehen. Lass ihn jetzt! Ich werde ihn schreien. Ich werde ihn schreien. Letzte Warnung. Okay, dann knall ich da jetzt durch. Jetzt, Micha! Micha, jetzt! Na, was war das? Micha! Äh, ich hab das nicht gepeilt mit dem Schießen. Jetzt bist du tot. Jetzt gehört der Diamant mir. Lass ihn gehen! Lass den Scheiß runter! Lass ihn jetzt runter! Ich werde ihn schreien! Boah! Den hast du voll erwischt, Micha! Ja, sicher. Was denkst du denn? Boah, voll! Alter, du ins Gesicht! Gänster-Style! Der schöne Pool, ey! Jetzt muss der gesäubert werden! Ist ja Chlor drin! In der Stunde siehst du ja nichts mehr vor mir. Oh, oh! Oh, oh! Alter, haben die einen an der Schüssel? Jawohl, Motorrad fahren! Ja! Leo, geh auf den Motorrad! Rennen, rennen! Dürfen wir fahren? Dürfen wir fahren? Dürfen wir fahren? Dürfen wir fahren! Oye, vamo, los! Vamo, los, vamo, los! Ha 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 Und wie siehst du hier? Da musst du doch können, du bist ja nur am Armin-Kart zocken Mehr oder weniger Oh nein, 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 nein Oh mein Gott, die treffen mich total Wieder, 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 wieder Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Warum treffen die eigentlich dich nicht? Weil ich besser fahre als du Okay Weil ich, ähm, Mario Kart immer noch kinderlässt Oh nein, oh Gott Was ist hinzlos, bin ich in die falsche Richtung gefahren oder was ist los? Was ist los, was ist los, was ist los? Bin wir in die falsche Richtung gefahren oder ging es mal irgendwo anders weiter? Ey, keine Ahnung, ich bin dir hinterher gefahren Ich dachte, du möchtest wo lang Nein, 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 nein Was hab ich gesehen, Mann, fahr! Ja, du Mario Kart Kinderspiel Anfänger Ich glaub, die Wege sind alle gleich, denk ich mal Ich glaub, wir werden uns immer wieder treffen Wir müssen einfach nur nicht getroffen werden von denen Einfach nur geradeaus Eieiei, das war gerade aber nicht so Waren wir noch nicht so weit Was denn jetzt? Was denn jetzt? Alter Ui, 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 ui Wie geil ist das denn, ey? Okay, ein Auto ist schon weg Zwei waren halt oder nicht? Ne, eins ist dort drüber gesprungen Eins knallt hier nur auf mich Auf dich nicht, aber auf mich Hey, ich denke, sie stoppen uns Ich stehe bestimmt mir gleich vor uns Oh, 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 what Nein, nein, Mann, fahr doch Oh, 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 oh Michael, geht's dir gut? Nee, geht's, glaub ich, gut. Nee, doch nicht. Oh, nein, 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 nein. Ich komm, Winnie. Komm, rauf, rauf, rauf. Michael, unten, runter, unten, runter. Auf die Tankbülle, auf die hier, wie heißt das? Keine Ahnung, da wo das Benzinschläuche da. Wow. Da wo das Benzinschläuche. Ich hab noch nie Benzinschläuche offen gesehen am Auto. Ich auch nicht. Ist doch egal, einfach drauf. Ich kann sehen, die Fläche. Da ist, da ist der Flugzeug. Hilf mich raus. Mach auf, mach auf. Michael, schie, schie, schie. Ja, ja, ich muss auf die Motorraum schießen. Nein. Gut, Michael, gut. Oh, da, what? Heftig. Okay. Okay. Das war gut. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, du musst mir auf die Triple für das. Du hast es. Vincent, du kannst mir nicht hören, dass ich so oft sagen. Aber danke. Du auch, Leo. You know what? Ich denke, ich werde das Buch schreiben. Das ist eine gute Idee. Hey, Emily. Du hast eine Pen und Papier? Wait, jetzt? Warum nicht? Es ist ein langer Weg nach Hause. Du hast nichts besser zu tun? Nichts. Nein, wirklich. Alles klar, dann. Mann, 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 Mann. Nicht schlecht. Wie geht's? Wie geht's? Wir müssen 10 Minuten landen. Okay. Was ist Leo auf zu? Sleeping. About time to wake him up, dann. Ja. Are you okay, Vincent? Ja. You sure? Ja. Ich bin gut. Leo. Was? Ja. Wir sind da noch? Ja. Ich bin glücklich. Was ist mir da noch? Geh? Untertitelung des ZDF, 2020 Everybody stand down! Here you go. Good job, Vincent. I'm sorry, Leo. I'm sorry, Leo. I'm sorry, Leo. I'm sorry, Leo. It's all there. Count it. It looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying. I'm a trustable guy. Yeah, yeah. I'm sure you are. Here you go. What do you think? Huh. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck is that? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Join the area! Move in! No. 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 No! No! Gary! Gary! We're here! Officer, down! Somebody get a damn ambulance! Gary! Stay with me. Please. I'm sorry, police. Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble. You understand? Where's Harvey? Where's the black war love? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What, are you stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the black war love, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better set this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Untertitelung des ZDF für funk, 2017